Kinder in stürmischen Zeiten Nicht jede Liebe hält für immer. Wenn sich plötzlich Eltern trennen und Kinder in stürmische Zeiten gelangen. Wenn Eltern überfordert sind in dieser Situation, aber Kinder ebenso. Und hier ist Rehnbuss da. Und das seit 30 Jahren, wo sie liebevoll Kinder in stürmischen Zeiten aufnehmen, betreuen, mit ihnen weiterarbeiten, um ihnen ein Garant zu sein für ihre weitere Zukunft. Aber auch, wenn ein Schicksalsschlag eintritt, wenn ein Elternteil plötzlich stirbt oder eine lange Krankheit hat, wo es absehbar ist, dass man sich von diesem Elternteil verabschieden wird müssen. Auch hier ist immer wieder Rehnbuss zur Seite, um solche Kinder aufzunehmen. 30 Jahre unermüdlicher Einsatz, 30 Jahre Engagement im Dienste für solche Kinder. Das ist Rehnbuss. Ein großes und ebenso herzliches Danke allen Betreuerinnen und Betreuer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Rehnbuss-Gruppe für ihre unglaublich herausfordernde und aufrufende Tätigkeit. Alles Gute.